Hochzeitstanzschritte. Hier in diesem Video geht es um Ihren Hochzeitstanzerfolg, also darum, dass Sie zu Ihrem Hochzeitstanz kommen und den Hochzeitstanz tanzen lernen. Über einen eigenen Privat-Tanzlehrer, der zu Ihnen nach Hause kommt oder an einem anderen Wunschort, wo Sie dann Ihren Hochzeitstanz tanzen lernen möchten. Wunderschönen guten Tag, Ihnen seien Sie gegrüßt, gegrüßt. Von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne sage ich es auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sonst Menschen tanzen lernen. Denn hier geht es darum, dass Sie zu Ihrem Hochzeitstanz kommen, über mich, dem ADE TV IHK World Dance Conceal Gütesiegel ausgebildeten Fachmann für Hochzeitstänze. Wenn Sie sich vorstellen können, für Ihren Hochzeitstanz einen eigenen Tanzlehrer zu buchen, dann der Vorschlag, lassen Sie uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder über den direkten Anruf 0176 840 44 661.